Das Ishikawa-Diagramm oder auch Fischgräten-Diagramm oder auch Ursache-Wirkungs-Diagramm genannt, ist ein fester Bestandteil der systematischen Problemlösung. Obwohl es einfach zu benutzen ist, gibt es aber auch immer wieder Stolpersteine und Pfeilen in der Anwendung, wo man reintappen kann. Auf sieben typische Fehler bei der Anwendung des Ishikawa-Diagramms und wie man sie vor allem meistert, gehe ich in diesem Video besonders ein. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Das Ishikawa-Diagramm gehört zu den Standardwerkzeugen in der Problemanalyse und ist auf ganz, ganz vielen A3-Reports bereits in der Vorlage mit enthalten. Zum Thema A3-Report finden Sie hier noch ein Video, wem der Begriff vielleicht noch unbekannt ist. In diesem Video gehe ich aber auf die sieben häufigsten Stolpersteine bei der Anwendung des Ishikawa-Diagramms ein. Wer noch ein Basisvideo zum Thema Ishikawa-Diagramm selbst sucht, wie man es aufbaut und wie die einzelnen Dinge sind, der sollte sich hier nochmal dieses Basisvideo anschauen. Aber legen wir jetzt gleich los. Ein ganz typischer Fehler ist eine schwammige Problemformulierung, die man dann in den Kopf des Ishikawa-Diagramms reinschreibt. Wenn das Problem nicht präzise beschrieben ist, dann fällt es im Nachgang außerordentlich schwer, die richtige Ursache dafür zu finden. Die Folge sind dann mehr oder weniger begründete Vermutungen zu Ursachen und weiters verpründete Ressourcen im Sinne von Arbeitszeit, weil man sich und das Team unnötig lange mit irgendwelchen Scheingefechten beschäftigt. Also, wie erstellt man eine präzise Problemformulierung? Machen Sie eine Tabelle mit drei Spalten als Vorlage. In der ersten Spalte finden Sie die typischen W-Fragen als Anregung und Trigger zum Nachdenken. In der zweiten Spalte tragen Sie dann die eingetretenen Fakten ein zu den jeweils passenden W-Fragen. Und in der dritten Spalte tragen Sie die Fakten ein, die hätten auftreten können, aber nicht aufgetreten sind. Also die Nicht-Fakten als Abgrenzung zum eigentlichen Problem. Damit das verständlicher wird, möchte ich es an einem Beispiel verdeutlichen. Eine schwammige Problemformulierung bei einem Pizzadienst wäre zum Beispiel, Kunden beschweren sich, dass die Pizza kalt geliefert wird. Halten wir mal ganz kurz inne und denken Sie selbst über mögliche Ursachen für dieses Problem nach. Bei dieser Problemformulierung kommen Sie sicher auf ganz, ganz viele denkbare Ursachen. Aber letztlich wird es ja dann ein Stochern im Nebel. Es fehlen einfach weitere Informationen, die das Problem eingrenzen. Gehen wir doch mal die Vorlage gemeinsam durch, um die Problemformulierung zu verbessern. Wer? Die Kunden aus dem Stadtteil D und E beschweren sich über kalte Pizzen. Und wer nicht? Die Kunden aus den Stadtteilen A, B, C und F. Wann? Seit dem 15. Mai beschweren sich die Kunden. Seit wann nicht? Vorher gab es keine Beschwerden. Wann genau? Die Beschwerden sind am Abend ab 20 Uhr, nicht tagsüber. Welches Objekt? Die Kunden beschweren sich nahezu ausschließlich über die Pizza mit Rohschinken. Die anderen Pizzen werden nicht bemängelt. Damit können wir das Problem wie folgt zusammenfassen. Die Kunden aus den Stadtteilen D und E beschweren sich seit dem 15. Mai über kalte Pizzen, der Sorte Rohschinken, die nach 20 Uhr ausgeliefert werden. Alle anderen Pizzen werden nicht beanstandet. Ich bin mir sicher, dass jetzt auch bei Ihnen andere Ideen zur Ursachenfindung im Kopf auftauchen, als sie bei der ersten Problemformulierung hatte, die da lautete, Kunden beschweren sich, dass die Pizza kalt geliefert wird. Also, nehmen Sie die Zeit und verschriftlichen Sie das Problem. Grenzen Sie möglichst genau ab, was das Problem hätte sein können, ist aber nicht wahr. Das ist ein viel, viel besserer Start in das Ishikawa-Diagramm und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die wahre Ursache für das Problem finden, ist wesentlich höher. Zweiter Fehler. Der typische zweite Stolperstein klingt banal, ist er aber nicht. Diskutieren Sie offen im Team, ob das Problem überhaupt ein Problem ist oder nicht. Denn die Einschätzung zu einem Problem ist sehr subjektiv und kann verzerrt sein, eine sogenannte Wahrnehmungs-Bias. Was Sie als Problem sehen, können andere ganz anders sehen. Und wenn es kein gemeinsames Verständnis gibt, ob es sich wirklich um ein Problem handelt, wird sich die Unterstützung bei der Problemlösung durch Ihre Kollegen, die das noch nicht verstanden haben, sehr in Grenzen halten. Denn letztendlich hat jeder nur limitierte Arbeitszeitressourcen, jeder hat genug zu tun auf dem Schreibtisch. Warum soll ich mich doch um Dinge kümmern, die vielleicht aus meiner Sicht gar kein Problem wären? Und am Ende könnten Sie dann mit Ihrem Problem alleine dastehen. Das kann ziemlich frustrierend sein. Kommen wir zum dritten Stolperstein, die Kategorien. Die können zu eng sein und Ursachen werden übersehen oder zu weit gefasst sein und das Ishikawa-Diagramm wird unnötig kompliziert. Bekannt sind die vier Kategorien Mensch, Methode, Maschine und Material. Daneben gibt es aber auch noch Messmethode, Management, Mitwelt, Money oder Mother Nature als Kategorie für Naturereignisse. Überlegen Sie sich, welche der Kategorien für Ihr Unternehmen und für die jeweilige Problemstellung in Frage kommen. Immer getreu dem Motto, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Der vierte Stolperstein ist die fehlende Teamarbeit. Wenn Sie im stillen Kämmerlein das Ishikawa-Diagramm ausfüllen, werden Sie nie auf die vielen denkbaren Ursachen kommen, als wenn Sie es gemeinsam in einem interdisziplinären Team machen. Denken Sie an eine typische Produktionsmaschine. Da gehören der Maschinenführer zum Team genauso wie der Produktionshelfer, der Materiallogistiker und die Kollegen aus der Instandhaltung, der Schichtführer und vielleicht die Kollegen aus der Arbeitsvorbereitung und der IT. Scheuen Sie sich nicht, viele Perspektiven zu Wort kommen zu lassen. Der fünfte Stolperstein ist die fehlende Priorisierung der gefundenen und vermuteten Ursachen. Oft kommen 20 oder mehr Ideen zu Ursachen auf das Ishikawa-Blatt. Sie können niemals alle gleichzeitig bearbeiten. Und wenn alle Ursachen gleich wichtig sind, also die gleiche Priorität haben, dann sind auch alle Ursachen gleich egal. Prioritäten zu setzen, ist bei der Anwendung des Ishikawa-Diagramms ganz zentral. Aber wie geht es jetzt am besten? Wie setze ich am besten die Prioritäten? Indem Ihr Team darüber abstimmt, welche Ursachen es für am wahrscheinlichsten hält. Das geht mit Klebepunkten bei einer analogen Sitzung. Die kann man so auf das White Paper entsprechend mit draufkleben. Oder natürlich auch mit digitalen Punkten, wenn Sie mit einem digitalen Whiteboard arbeiten, wie zum Beispiel bei Miro oder ähnlichen Softwareanbietern. Jeder Teilnehmer erhält mehrere Stimmen, die er dann nach Belieben auf die Ursachen verteilen kann. Und wie viele Stimmen sollte jetzt jeder bekommen? Eine Faustregel ist dazu, die sich auf ganze Zahlen abgerundete Quadratwurzel aus der Anzahl der verhundeten Ursachen. Uff! Haben Sie 16 Ursachen auf dem Ishikawa-Diagramm stehen, bekommt jeder die Quadratswurzel aus 16, sprich 4 Stimmen. Bei 25 Ursachen wählen Sie sich dann 5 Stimmen. Und bei 20 Ursachen wäre die Quadratwurzel 4,47. Also abgerundet wiederum 4 Stimmen. Alleine um Ihre wertvollen Mitarbeiterressourcen zu schonen, sollten Sie immer priorisieren und die drei vermuteten Ursachen mit den meisten Stimmen einer weiteren Analyse unterziehen. Zum Beispiel mit der 5Y-Methode, die ich hier in diesem Video ganz detailliert vorstelle, vor allem auch im Zusammenspiel mit dem Ishikawa-Diagramm. Der sechste Stolperstein ist auch ein ganz fieser. Oft sind ja die Augen größer als der Magen, sprich man übernimmt sich mit der Aufgabenstellung. Im Fall des Ishikawa-Diagramms ist es, Ursachen weiter zu verfolgen, deren Ursachenbewältigung außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegt. Wenn ein Problem an einer Produktionslinie seine Ursache in der IT hat, dann sind die Beeinflussungsmöglichkeiten des Maschinenführers zwangsläufig begrenzt. Das ist auch der Grund, warum Problemlösungstechniken im gesamten Unternehmen ganzheitlich angewendet werden müssen und eben nicht nur inselhaft in bestimmten Bereichen oder an einer bestimmten Maschine. Der siebten aus meiner Sicht wichtigste Stolperstein ist die fehlende Validierung der gefundenen Lösung für das Problem. Was meine ich jetzt mit Validierung? Sie haben eine Ursache genauer untersucht und diese dann abgestellt. Prima, alles toll. Jetzt müsste ja auch eine messbare Verbesserung eingetreten sein. Wenn Sie das nicht beobachten können, dass die Verbesserung wirklich eingetreten ist, dann werden Sie wahrscheinlich nicht die richtige Ursache gefunden haben. Also das Problem muss beobachtbar und messbar sein. Stellen Sie bewusst den Ausgangszustand mit der Ursache wieder her und überprüfen Sie, ob das Problem wieder auftaucht. Stellen Sie sich das so wie so einen Schalter vor. Ursache aus, Problem weg. Ursache ein, Problem da. Und dadurch, dass Sie das jetzt kontrolliert testen, können Sie sich sicher sein, ob es wirklich die gefundene Ursache war oder eben nur ein dummer Zufall. Validieren Sie daher in jedem Fall Ihre Lösung. Sonst kommt Ihr Problem wieder auf Sie zurück. Und das ist meistens dann der Fall, wenn Sie es am wenigsten gebrauchen können. Welchen der sieben vorgestellten Stolperfallen fanden Sie es eigentlich am spannendsten? Schreiben Sie mir Ihre Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und in diesem Sinne noch viel Erfolg mit dem Ishikawa-Diagramm. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.